Yo, Friends, was geht ab? Dieses Video wird unterstützt durch Mevlana Kepap House in Heppenheim. Hier wird Qualität großgeschrieben, ihr wisst Bescheid. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Peace! Yo, Friends, was geht ab? Neuer Tag, neues Video. Endlich mal wieder draußen in der Hood unterwegs. Friends, wir sind in Mannheim und der Iraj und ich, wir haben spontan eine Challenge ausgedacht. Wir fragen einfach Leute, ob die Bock haben, gegen Iraj Liegestütz-Challenge zu machen, okay? Wenn die gewinnen, bekommen sie von mir einen Zehner Cash in the Tash. Iraj, ziehst du heute in Mannheim ab oder was? Nein, bestimmt nicht. Oder wirst du abgezogen? Okay, wir sind sehr gespannt. Wir gehen jetzt mal auf die Suche. Und ihr liked schon mal dieses Video. Ihr wisst Bescheid. Peace! I like that, you know. I wanna eat this Denny Roussoun. Okay, okay. Ganz kurze Unterbrechung. Es gibt wieder was zu gewinnen. Und zwar bei meinem Lieblingsdöner, ein 20 Euro Mevlana Gutschein. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist einfach ein Kommentar abgeben und dieses Video liken. Unter allen Kommentaren wird ein Gewinner rausgesucht und am 25.09. in meiner Instagram-Story bekannt gegeben. Viel Glück und jetzt gönnt euch dieses Video. Ihr wisst Bescheid. Neben mir haben wir den Ismail, ne? Hast du gesagt? Ja, ja, ja. Du bekommst 10 Euro Cash, wenn du Liegestützen gegen Iraj gewinnst. Okay. Willst du anfangen oder soll der Iraj anfangen? Ist nicht am 10 Euro, Bruder. Oh, okay, okay. Es heißt auf den Zehner auf jeden Fall. Willst du hier machen oder auf dem Rasen? Egal, wo sie will. Hier tut dann der Hand weh. Für mich egal. Okay, Ismail macht jetzt Liegestützen. Wir zählen genau nach. Und Iraj, ey, gewinn, sonst kriegt ihr 10 Euro, okay? Alles klar. Alles klar, Ismail leg los. Okay. Los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 42, 43, 44, 45, komm. Ja, 46, Ismail einer noch, 47, komm, heftig, 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 korrekt, korrekt. 46, knapp 47, saubere Ausführung, saubere Ausführung, ich hab das abgecheckt, okay? Servus, Leute, was geht ab? Was geht ab, Iraj, hast du es eben gesehen? Ismail hat abrasiert. Ich hab geguckt, meine Hände sind entzitten, ich glaub nicht, ob ich 50 schaffe. Mal gucken, wie es weiterkommt. Also 46 musst du auf jeden Fall schaffen. 47 wäre korrekt, aber saubere Ausführung, ich guck auf die Ausführung. Alles klar, Mann. Okay. Hau rein. Los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 43, 44, 45, 46, 47, ach du nicht. Komm, kommt noch einer. 41, 50, Feierabend. Feierabend. Aber du hast wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Danke. Willst du noch was sagen? Respekt für everybody, you know. Korrekt. Weil er mitgemacht hat und wir heute 32 Grad haben, kriegst du einen Fünfer. Kannst du dir was zu essen oder was zu trinken kaufen, okay? Du siehst Instagram, you see the bad man, don't give me five Euro, you know. Korrekt, ist korrekt. You guys have to love the video, muss leben mit diesem Video, you know. Und mach viele, viele Levin und viele Like, you know. Bei MM1 gibt es keine Verlierer, das heißt, Fünfer, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, okay? Hau rein, hau rein. Neben mir haben wir den? Mihailo. Mihailo. Du hast eben gesehen, der Irac hat gegen den Ismail-League-Challenge gemacht, 47, aber seine Kraft ist jetzt schon am Ende. Meinst du, du schaffst ihn? Easy. Oh, Ansage oder was? Ansage. Willst du anfangen? Ja, der soll anfangen. Irac soll anfangen. Okay, das heißt, wenn du gegen Irac gewinnst, kriegst du auf jeden Fall einen Zehner, okay? Okay, gib alles, ich hab keinen Bock Zehner zu verlieren. So. Okay, Irac, gib ihm. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 30, komm, zwei noch, 31, 32, komm, ganz runter, 33, Feierabend, 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 33. Oh, ist schon machbar, ist schon machbar. Ist schon machbar, 33 für einen Zehner, direkt heute McDonalds Nacht. Mit Freundinnen, Zehner geht auf jeden Fall klar. Wir achten auf Ausführungen. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Vierunddreißig. Fünfunddreißig. Sechunddreißig. Sechunddreißig. Siebunddreißig. Siebunddreißig. Okay, siebunddreißig. Er hat gewonnen. Ein Zehner hat er sich auf jeden Fall verdient. Ich hoffe, man kann uns sehen, wegen der Sonne hier. Okay, ein Fünfer. Dankeschön. Und weil du gewonnen hast, Zehner. Dankeschön. Okay, herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall wieder am Start. Willst du noch was sagen? Ja, mein Insta. Schieß los. Geheilo305- Dann kann ich noch gegen grüßen. Kannst alle grüßen. Ich grüße Yassin und Therese. Okay, korrekt. Danke, dass du mitgemacht hast. Okay? Mohamed, wir machen heute korrekte Liegestütz-Challenge. Du musst gegen Eratsch gewinnen. Wenn du gewinnst, kriegst du von mir ein Zehner-Cash. Mach ich. Willst du anfangen? Ja, fange ich an. Oh, ihr habt es gehört, Franz. Okay. Wir wünschen dir viel Glück. Aber ganz kurz, wir achten auf Ausführung. Du musst komplett runter. Das mache ich korrekt, Digga. Franz, ihr stimmt jetzt mal ab, wie viel Mohamed schafft. 10, 20, 30, 40, 50 oder alle. Vielleicht alle. Mohamed, leg los. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 5, 6. 3, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 14. 43 er hat feierabend würde ich sagen bei dir wie heißt du hast deinen kollegen eben gesehen ja 43 43 hat er geschafft was denkst du was denkst du schaffst du mir egal wie scheiß noch alles heute ist einfach aus spaß und sohn okay probiere einfach dein bestes ob du zählen machst ob du 20 machst das scheißegal du machst auf jeden fall mit und das ist alles was zählt okay 28 29 30 du hast die zwei jungs gesehen was denkst du 43 und 30 ist es zu schaffen ja oder nein ich glaube nicht nein nein weil ich habe zweitmal noch schon gemacht du bist kaputt es ist mein geld was hier flöten geht okay verlieren nicht okay 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 ich bin ja afghaner afghaner oder was kaputt mein kaputt ich bin auf dem gott kaputt okay komm 1 2 3 4 5 6 47 er zittert 48 er hat wohl zu die kraft er hat er hat gewonnen aber bei mms challenge gibt es keine verlierer von den jungs kriegt jeder ein fünfer cash in etash ihr wisst bescheid okay wir haben heute so warm jeder kann ein eis vertragen ihr wisst bescheid okay jungs danke dass sie mitgemacht hat wollte noch was sagen wollte was loswerden jemand grüßen große meine trainer arme korrekt ja und große meine freunde sahel parwes aller feyser die alles das sehen ganze klasse ich grüße ganze bayern in der stadt ihr wisst bescheid ich komme aus nicht aus mannheim sondern in der stadt also ich bin besucht hier quasi morgen bin ich wieder weg krass ok mir geht es war mir war das echt nicht um geld sondern aber bisschen sport gemacht ihr seid die beste hat es spaß gemacht korrekt dankeschön das video was filmst du die teuersten schuhe auf der welt hier ok scheiß drauf france ist was von meinem video ich hoffe es hat euch gefallen auf spontan nach mannheim gefahren leute befragt ob die bock haben auf eine challenge viele neue leute getroffen ihr wisst bescheid so einfach geht's iratsch ist glaube ich jetzt kaputt braucht erstmal schluck wasser hier wisst mich halt friends wir sehen uns beim nächsten video bis dann bis du hast viel kalorien verbrannt die musst du jetzt wieder zuführen lass dir schmecken